Jo moin Leute herzlich willkommen zum 13. Spieltag der englischen Premier League Saison 20. 21, 22, 22 los geht's mit dem Prediction heute um 20.30 Uhr. Norwich City spielt gegen FC Chelsea Spektakel 3 zu 3. Dann am 18.3. um 21.00 Uhr. Wolverine The Wonder Wars gegen Leeds United 1 zu 1 unentschieden. Dann am 19.3. um 13.30 Uhr. Erston Villa gewinnt gegen FC Arsenal 3 zu 1. Dann 3 abgesagte Partien. Ich denke mal wegen Kubrick. 19.00 Uhr. Manchester City gewinnt gegen Brighton & Telf Albion 3 zu 1. FC Burnley verletzt gegen FC Southampton 1 zu 2. FC Watford gegen FC Everton 3 zu 1 für Watford. Dann am 20.3. um 15.00 Uhr. Leicester City gegen Burckford. FC 1 zu 2 für Burckford. Dann wieder zwei abgesagte Partien. Ich denke auch in Coburg 19. Newcastle United gewinnt 3 zu 1 gegen Crystal Palace. FC Liverpool schlägt Manchester United 6 zu 3. Und am 20.3. um 17.30 Uhr. Tottenhamers Spiel spielt gegen USM United 1 zu 1. So, das war's vom 30. Spieltag mit den Predictions der englischen Premier League Saison 2021-2022. So, wenn es auf der Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, vergisst nicht die Glocke. Und bis Deiner. Good Kick. Ciao.